Moin, heute ist Minecraft Let's Play, sag ich nur. Hallo Leute, heute spiele Minecraft. Die neueste Version. So, also ich hab jetzt momentan Hunger. Ich hab das alles hier durch Küche entdeckt, durch eine Kiste. Ich hab die aus der Sehnen eingestellt. Jetzt hab ich hier ganz viele Sachen schon. Jedenfalls, jetzt gehen wir erstmal auf Steinsuche. Was mir eben so oft gefallen ist, dass wir für alles Holz brauchen. So, und wenn ihr euch wundert, warum das manchmal so spackt, mein Computer ist einfach ultraschnell und da kommt das Generieren gar nicht hinterher. Und deswegen dauert das so lange. Deswegen ist das so spackig. Und deswegen ist das so blöd. Also wir gehen jetzt grad momentan auf Steinschack, wer das jetzt nicht gehört hat. Wann geht das jetzt? Klingt das irgendwie weg? Jedenfalls, oh, schön Stein gefunden. Ich brauche nämlich Stein. Für, ähm, für den Ofen oder so halt. Und deswegen bauen wir jetzt hier Stein ab. Vielleicht finden wir noch Kohle. Ne? Und deswegen. So, ähm, was soll ich jetzt mal machen? So, also, ähm, ja. Wir suchen jetzt halt nach Kohle. Stein braucht man auch fast. Man sieht in jedem Haus Stein. Ich finde das echt komisch, dass man so alles aus dem Spiel rausholt. Oh, gut, schon dunkel. Jetzt nicht ernst jetzt. Warte, jetzt können wir noch wieder nach zurücklaufen. Super. Einmal ein bisschen running, running, running. Run, boy, run, now. Now what you'll never see. Run, boy, run. Das sieht es irgendwie voll neu. Jedenfalls, es hat auch gerade dazu gepasst. Das Gute ist, dass ich mir schon ein Bett gebaut habe. Da wart ihr leider nicht mehr dabei. Und, ja, falls das doch noch zu dunkel ist, was ich vermute, denn einfach in die Kommentare schreiben. Egal, es ist eh zu spät. So. Was haben wir jetzt noch? Wir wollten ja noch Stein suchen. So war das, genau. So. In einem helllichten Tag erkennt man immer alles. Wo war ich jetzt? Dahin war ich. Dann werden wir mal schnell dahin. So, hier waren wir. Genau. So. So, Steine bauen, Steine bauen. Also, ähm, das, dieser Let's Play ist mein erster, deswegen kann der auch nicht so toll sein. Ich habe aber schon mal ein Let's Play von Minecraft und so ist es der erste. Ich mache ihn jetzt auch mit einem Aufnahmegerät und nicht mit dem, mit so einem, wie nennt sich das, so einem Videorekorder oder so ein Aufnahmeteil für den Bildschirm halt. Ich nehme mich jetzt ein Aufnahmegerät, deswegen ich war vielleicht auch gar nicht so schön und auch nicht so richtig so toll. Oh, jetzt haben wir Kuhle gefunden und dann kriege ich Level Up, Alter. Geil, Level Up, Digga. Level Up. Also, ihr müsst mal einen in die Friste schlagen und dann sagen, Level Up. Also, das ist echt Fun. Oder wenn man eine Strafarbeit kriegt, einfach Just for Fun sagen. Just for Fun. Das ist einfach geil. Dass man so heutzutage auch alles erlebt als Jugendlicher, ne? Die sagen auch schon seit Jahren, dass sie die Sommerzeit abschaffen wollen, seit die Monaten und so. Ja. So und Let's Play ist so gut wie, ähm, Lasst uns spielen, so. Das bedeutet so gut. Falls sich das einer fragt. Es gibt ja Leute, die fragen sich sowas, so wie welcher aus unserer Klasse. Namen will ich mal lieber nicht nennen. Naja. Obwohl, ist auch gut zu wissen, was das mal bedeutet, ne? Das ist auch perfekt jetzt. Schließlich machen wir ja ein Let's Play, ne? Das ist ja auch mal dunkler, ey. Jetzt will ich nochmal in die Kohle. So, nur mal so. Ich bin jetzt Level One, wer das nicht sieht. Ne? Es gibt ja welche, die haben. Kann das überspringen einiges und dann sieht man das nicht. Ich liebe irgendwie, bei Pocket Edition gab's nie Level. Jetzt gibt's hier Egal Level. Ich liebe das. So. Wo wollen wir jetzt nochmal gucken? Rote Farbe habe ich immer aus den Rosen gemacht. Darf ich nochmal klotzen, ob ich da was finde. Ich habe auch eine Killmaschine heute schon gebaut. Oder eher gesagt erfunden. Die habe ich früher schon mal gebaut, die ich jetzt heute verbessert. Also es ist nie mehr der Prototyp. Und wie man sagt, der Prototyp ist meistens der Fehler. Und ich habe den halt verbessert und die werde ich wahrscheinlich im nächsten, ich werde den wahrscheinlich nochmal im YouTube-Video zeigen. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das ist. Also ich habe den mit Pistons gebaut. Die Technik war ganz schön anstrengend mit Redstone und so. Ach, das schafft ihr schon. Das ist Schwierigkeitsgrad, sag ich mal 5 oder so. Das ist ja nicht viel von 5 von 10. Das ist nicht viel. Es gibt noch schwieriges, so wie ein Pistonshaus. Das ist ja auch. Ich habe ja schon mal gesehen, bei meinem Rumpel. Ich habe auch meinen Kopf. Der macht einfach mal keine Let's Place, weil er einfach sagt, das rumgelabert nervt ihn. Aber naja. Jeder hat seine eigene Meinung. hat das rumgelabert. Und ... Irgendwie bringt das auch voll Spaß. Ich weiß nicht, warum er das sagt, dass das eben Spaß bringt. Kohle finden wir da jedenfalls nicht mehr. Und auch wegen Dunkelheit, dass er nicht mehr so schön hat. jetzt endlich cool jetzt kann ich demnächst ähm wohl ich glaub ich kann die jetzt schon bauen dort gott da hab ich schon mal vier naja ich dachte man kann das so ein crafting custom craften geht also doch schon früher so zieht du jetzt können wir wenigstens mal in die Hütte das rein setzen jetzt ist es hier unten rein weil hier haben wir nicht so gute Chancen gehabt hier wird es langsam dunkler wie ihr seht jetzt ist es auch wieder schön hell schon dunkler geworden wenn es richtig dunkel ist dann rennen wir nach hause das ist auch wieder richtig um so haben wir schon Kohle gefunden ich bin level one und ich hab langsam Hunger das heißt also wir müssen das Tier killen der läuft uns auch noch schön hinterher boi du Schweinchen den ich muss dich jetzt killen ey kommst du hier her kannst du wohl nicht weglaufen jetzt hier kommst du wohl hier her böse Schweinchen ja Steak warte hier ist auch Steak was geht da ihm ab der ist schon da gekillt hm komisch ne die die Vielen Dank.